Leute kommen einfach mal mit was haben wir denn hier zack alles neu schauen wir mal einfach mal also wie gesagt bei uns nur feinste und das machen wir auch noch funktioniert aber zack Leute schauen wir einfach mal an so geil ist das wir haben nur neue Autos also Leute das ist zu viel also wir gucken mal weiter ja komm mal bitte einfach mal mit hier ist auch noch eine funktioniert alles jawohl Leute schauen wir mal einfach mal nicht vergessen hier kommt Wasser und hier ist Motoröl so schneller kommt der nächste der nächste der nächste so jetzt müssen wir gucken ja wo sie der nächste jawohl Leute gleich 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 so Leute wir haben neu neue LKWs bekommen also wie wie gesagt bei uns geht uns hier riesig gut ich habe auch Spaß bei der Arbeit aktuell ich habe was vergessen ich habe euch lieb